Ich habe mir gedacht, ich möchte mal ein Video machen, wo ihr auch einen Mehrwert habt. Mal meine Tipps und Tricks im Haushalt auch mal ein bisschen näher bringen. Vielleicht könnt ihr daraus irgendwie irgendwas ziehen, was euch im Alltag helfen kann. Ja, das erste Video dazu dreht sich um die Reinigung in der Küche und zwar mit einem Wundermittel der Zitrone. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das heutige Video ist ein etwas anderes, als ihr es bis jetzt gewohnt seid. Das lange habe ich euch ja mitgenommen, wenn ich gekocht habe, Vorbereitungen gemacht habe, viel geschwätzt mit euch über Privates oder über Sonstiges. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte mal ein Video machen, wo ihr auch einen Mehrwert habt. Habt ihr vielleicht auch über die anderen Videos, in denen ihr euch motivieren lässt, dass ihr putzt oder dass ihr anfangt zu putzen. Aber ich habe mir gedacht, ich kann euch ja mal meine Tipps und Tricks im Haushalt auch mal ein bisschen näher bringen. Vielleicht könnt ihr daraus irgendwie irgendwas ziehen, was euch im Alltag helfen kann. Und ja, das erste Video dazu dreht sich um die Reinigung in der Küche und zwar mit einem Wundermittel der Zitrone. Jeder von uns hat die Zitrone eigentlich zu Hause. Mindestens die meisten haben Zitrone zu Hause und wenn nicht, holt man sich halt eben schnell Zitrone oder halt eben Zitronenkonzentrat. Konzentrat kann man genauso nehmen und mit diesen tollen Früchten kann man wahnsinnig viel anstellen. Ja, also die schmecken nicht nur gut in einem Tee oder oder, sondern man kann, und sind wahnsinnig gesund davon mal abgesehen, sondern man kann halt eben einfach wahnsinnig viel mit diesen tollen Früchten anfangen. Gerade wenn ihr vergessen habt, mal wieder einen Reiniger zu kaufen oder wenn ihr einfach auf die ganzen Chemikalien mal verzichten wollt. Und ich möchte euch heute fünf, eigentlich sind sechs, aber eins fasse ich so ein bisschen zusammen. Ich habe mir hier Notizen gemacht, die liegen neben mir, also entschuldigt, wenn ich immer mal ein bisschen rüber schiebitzen muss. Für mich sind das so alltägliche Sachen und dann würde ich sonst die Hälfte vergessen, wenn ich sie euch nicht, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Also es kann sein, dass ich immer mal nach rechts lunze. Aber ich würde euch heute an der Stelle fünf Tipps geben, was ihr mit einer Zitrone alles anstellen könnt. Ja, das erste ist, das ist das, was ich zusammengefasst habe, eine Backofenreinigung und eine Mikrowellenreinigung. Dafür müsst ihr einfach eine Backform nehmen, also eine Auflaufform, mit Wasser befüllen, lauwarmen Wasser würde ich sie befüllen. Dann würde ich, mache ich zwei, also teile ich die Zitronen in Hälften und diesen Saft presse ich dann rein. Also insgesamt nehme ich immer eins bis zwei, je nach Schmutzgrad im Ofen und in der Mikrowelle, eins bis zwei Zitronen, die presse ich da rein. Gebe es dann eben in den Backofen, stelle den auf 120 Grad, 45 Minuten und lasse das Ganze dann auskühlen. Also vorsichtig sein, nicht direkt rausholen. Ist natürlich sehr heiß, muss man ja dazu sagen. Das gleiche könnt ihr auch mit der Mikrowelle machen, da braucht ihr natürlich, macht ihr die höchste Wattzahl, schaltet ihr ein und lasst die auch mal so 30 bis 45 Minuten laufen. Und auch auskühlen lassen, bevor ihr es rausnehmt. Dann wischt ihr im Prinzip nur noch mit einem feuchten Tuch raus und sauber ist der Backofen. Ein absoluter Klassiker, der Wasserdampf, der dadurch entsteht, löst eben Fett, löst Kalk und dann könnt ihr das einfach easy-beasy mit einem feuchten Tuch rauswischen. Ja, das ist so mein erster Tipp, den ich auch wirklich ganz, ganz oft umsetze. Also Backofen, da komme ich nochmal dazu, ist jetzt keine Sache, die ich täglich reinige, mache ich nach Bedarf, aber tatsächlich gehört es zu meinem jährlichen Putzplan. Da komme ich aber in einem anderen Video nochmal dazu, auf jeden Fall fest dazu. Eine zweite Sache, die ihr mit der Zitrone machen könnt, ist die Spülmaschinenreinigung. In der Spülmaschine hat man ja immer so lästige Kalkflecken, außerdem riecht die manchmal auch nicht so gut. Ihr nehmt einfach von der vorherigen ausgepressten Zitrone zum Beispiel, oder wenn ihr das nicht gemacht habt im Backofen, dann presst ihr euch das einfach in den Tee rein oder wie auch immer, und dann nehmt ihr davon die Zitronenschale. Und diese Zitronenschale legt ihr einfach in den Besteckkorb. Macht einen ganz normalen Waschgar und dann sind die Kalkflecken auf jeden Fall Geschichte. Und die Spülmaschine, Entschuldigung, die riecht auch noch so unheimlich gut danach. Ja, dann ein Tipp für euch, den ich auch oft umsetze, nicht immer, ist auch immer, kommt darauf an, ob ich eben gerade Zitrönchen zu Hause habe, wobei das eigentlich immer fester Bestandteil auch von uns ist, ist das Ceranfeld reinigen. Hierfür nehmt ihr einfach zwei Hälften, also ihr schneidet beziehungsweise die Zitrone in zwei Hälften, entfernt ganz vorsichtig die Kerne hier raus und dann geht ihr mit der aufgeschnittenen Seite der Zitrone ganz vorsichtig über das Ceranfeld. Das Ganze lasst ihr, wenn ihr das alles mit eingerieben habt, fünf bis zehn Minuten einwirken und geht dann mit einem feuchten Tuch drüber und trocknet es dann ab. Dann ist das Ceranfeld blitzeblank sauber. Das kann ich euch versprechen. An dieser Stelle, Ceranfeld, wer kennt es nicht, kochendes Wasser, was überschwappt und dann einkrustet. Das ist übrigens vielleicht mal so am Rande, by the way, ein Tipp an euch, legt auf den Topf, wo ihr das Wasser erhitzt, also zum Kochen bringen wollt, einfach einen Kochlöffel drauf und dann wird euch kein Wasser mehr überschwappen. Also ihr habt diese lästigen Wassereinkrustflecken nicht mehr auf eurem Ceranfeld. Ja, der vierte Tipp ist Küchenbretter. Küchenbretter, ihr seht es hier hinten, ich muss mal gucken hier, seht ihr die stehen, also sie haben wir auch aus Holz. Die nehmen natürlich durch das Fleisch und anderem Gedöns, was man da drauf schneidet, Gerüche an, Bakterien sammeln sich dadurch an. Und da habe ich auch einen wahnsinnigen Tipp, einen guten Tipp mit der Zitrone, wie ihr dagegen wirken könnt. Und zwar, das ist aber etwas, was man planen muss, weil es muss über Nacht einwirken. Ihr nehmt euch einfach eine halbe Zitrone, also ihr schneidet die wieder in zwei Hälften, nehmt eine halbe Zitrone, reibt das Brett schön ein, lasst das über Nacht einwirken und wischt es dann natürlich wieder mit einem feuchten Tuch ab. Das entfernt nicht nur Flecken, sondern auch Keime und die riechen danach. Nicht mehr ekelhaft, wenn ich es mal so sagen darf. Also wenn man die länger benutzt, riechen die ja dann irgendwann. Das kriegt ihr damit schön weg. Und wenn ihr das regelmäßig macht, sowieso. Also meine absolute Herzensempfehlung auch an der Stelle. Ja und dann, das kennt ihr auch, man macht den Kühlschrank auf, das ist so mein fünfter und letzter Tipp. Ihr macht den Kühlschrank auf, denkt ihr, boah, manchmal hat man einen guten Käse, der aber riecht. Oder, 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 auch hierfür je nach Kühlschrank Größe Zitrone in zwei Hälften schneiden. Für einen kleinen Kühlschrank würde eine halbe Zitrone reichen, einfach reinlegen. Oder halt für einen größeren Kühlschrank, wie ich ihn habe, ich habe ja hier, man kann es jetzt nicht so erkennen hier in der Kamera, ich habe ja einen ganz großen Seite-bei-Seite-Kühlschrank, dann nehme ich dann tatsächlich zwei Zitronenhälften, lege die in den verschiedenen Brettern rein und dann habt ihr diese Gerüche auch nicht. Und natürlich, am Wochenende, wenn ich mir mal Zeit nehme, hier das Video zu machen, weht mein Telefon, ich sage es euch. Also, wieder herrlich, perfekt und perfekt. Lasst euch bitte nicht stören, ich gucke mal, ob ich es wegdrücken kann. Ah, ging jetzt automatisch. Also sorry, werde ich auch nie rausschneiden. So ist halt das Leben. Ja, das sind so meine fünf Tipps. Wie gesagt, im Prinzip die sechs Tipps. Ich hoffe, probiert es einfach mal aus. Manchmal muss man einfach mal Neues ausprobieren und danach kann man immer noch sagen, für mich ist es nichts. Ich persönlich nutze das wahnsinnig gerne, weil auch wenn ich manchmal Chemikalien nutze, weil es einfach nicht anders geht, das ist auch für mich so eine Kopfsache, möchte ich manchmal gerne auch auf so Natursachen zurückgreifen. Und da habe ich noch übrigens ganz, ganz viele Tipps für euch. Heute sollte es ja eben nur um die Zitrone gehen. Aber ich habe noch so viele Tipps und da werde ich Videos zu machen, wie ihr verschiedene, zum Beispiel den Bad reinigen könnt. Mit alltäglichen Sachen, die ihr alle im Schrank habt, wie ihr die Küche sonst noch reinigen könnt. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich nochmal ein Video mache, wo ich euch einfach mal eine Organisation, eine Putzorganisation darstelle, wie ich sie mache und was ich empfehle, was ich auch über Jahre hin entwickelt habe. Ich meine, wenn man ein Kind hat, Vollzeitarbeiten geht oder auch wenn man nicht arbeiten geht und drei Kinder, zwei Kinder zu Hause hat, wir wissen alle, was ein Stress das bedeutet und wie wichtig Zeit da ist. Und ich habe für mich persönlich den perfekten Plan einfach geschaffen. Den möchte ich natürlich auch mit euch teilen und euch da auch nochmal organisationstechnisch ein paar Tipps geben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein kurzes und knackiges Video, das seid ihr eigentlich nicht gewohnt von mir, gefallen. Und ihr dürft mir gerne in den Kommentaren verraten, ob ihr es mal ausprobiert habt, ob ihr es ausprobieren werdet oder ob ihr noch weitere Tipps mit der Zitrone habt. Also natürlich gibt es da noch, was Bartechnisch angeht, ein paar Tipps. Die werde ich natürlich dann auch zum Badevlog-Tipps dazu sagen. Heute sollte es ja bei uns hier nur um die Küche gehen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos, solche Videos sehen wollt, ich nehme euch natürlich trotzdem immer mal wieder beim normalen Putzen mit, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, hinterlegt mir einen Kommentar. Ich freue mich immer so wahnsinnig, wenn mich jemand anschreibt. Und ja, ein Abo wäre natürlich auch ganz toll. Das wäre für mich eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao.